liebe freunde wir müssen noch einmal reden denn es sind sachen passiert auf schalke die mir so gar nicht gefallen ich fasse es einfach nicht ich habe heute noch gar nicht so wirklich die nachrichten meines herzens clubs verfolgt sondern einfach nur ein bisschen vorhin im internet gestöbert bis ich dann von freunden aus einer whatsapp gruppe darauf hingewiesen wurde die anscheinend den ganzen tag darüber schon unterhalten haben ich habe das gar nicht so realisiert tatsächlich dass da gerade abgeht aber der gute ruven schröder hat hingeschmissen aus persönlichen gründen wie es heißt in anführungsstrichen das mache ich mal ganz 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 bewusst denn ich kann mir nicht vorstellen dass ein ruven schröder der noch vor lass es zwei wochen sein gesagt hat er würde für schalke brennen und hier und da und alles muss gut werden und wir müssen uns unbedingt hier retten vom abstieg und keine ahnung was und er halt quasi sich komplett mit dem fc schalke identifiziert hat dass dieser man plötzlich einfach so hinschmeißt das kann man noch gar nicht glauben vorweg wenn es gesundheitliche probleme sind vielleicht hat er ja eine schockdiagnose bekommen das geht uns ja auch nichts an seine gesundheit oder vielleicht gibt es irgendwie einen extrem harten trauerfall oder sonst was da will ich alles mich von gar nicht dann dann habe ich nie was gesagt aber es kann nicht sein dass er hinschmeißt und am selben tag kommt die nachricht man ist sich mit reis dem trainer ex trainer von bochum einig jetzt mal real talk ich rede es nicht von ihm als persönlichkeit als mensch ich rede es von ihm aus der sicht seiner leistung heraus als trainer was hat er da großartig gerissen was hat er da geschafft mit bochum hat eine mannschaft geformt okay das hat ein schröder bei uns übrigens auch in der zweiten liga und er ist gekündigt worden bei seinem arbeitgeber weil halt bochum nicht so performt hat wie gedacht bochum steht nämlich in der selben situation wie wir auch die sind ganz weit unten in der tabelle und genau diesen trainer haben wir uns das geholt und als wäre das nicht schon genug habe ich vorhin bei der westen gelesen soll er bis zu 1,5 millionen grundgehalt bekommen ich möchte dazu sagen unser vorheriger trainer hatte nicht mal die millionen marke geknackt er soll bonuszahlungen bekommen im erfolgsfall es kann man natürlich argumentieren welcher erfolgsfall aber immerhin und was mich am allermeisten stört er kostet noch ablöse nicht unerheblich aus unserer aktuellen situation über 300.000 ist zu hören und zu lesen kann ich absolut null verstehen wenn wir werden wir noch das schalke vor etwa drei vier jahren hätten wir gesagt 300.000 der ok komm hier also ist mir egal aber diese 300.000 hätten wir auch in den inverteidiger talent oder gestandene spieler sonst was investieren können werden sie in die jugendarbeit packen können werden es keine ahnung gute sachen damit vollbringen können 300.000 für schulinov wollten sie 1,5 millionen haben die stuttgarter was ist das du kannst mir nicht erzählen dass der rufen schröder sagt ja ich habe jetzt hier ganz spontan keinen bock mehr auf schalke nein da sind sachen gelaufen von denen wir alle wahrscheinlich gar nicht so viel wissen die wir nur vermuten können was ich vermute ist dass er einfach gesagt hat pass auf ich habe hier weiß nicht labbadia telesco oder sonst wen an der angel ich bin mit denen irgendwie relativ einig keine ahnung was oder ich möchte hier meinen wunschkandidaten reis reinbringen aber auch nicht um jeden preis und der vorstand wahrscheinlich einfach seinen daumen darauf gedrückt und hat wahrscheinlich hinter seinem rücken irgendwelche krumm dinger wie immer gedreht weil das ist auch typisch schalke so müssen wir es auch mal ganz klar sagen wir haben einen aktuellen trainer frank kramer an der hand gehabt und er war ja noch vorm hoffenheim spiel immer noch trainer und schon da wurde sich hinter dem rücken von ihm über andere trainer unterhalten so das heißt doch für mich als trainer wenn ich in der situation wäre ja warum soll ich überhaupt noch irgendwie was erzählen weil ich bin doch sowieso jetzt weg in drei tagen das ist überhaupt nicht dass diskreditierend ist dass es wird dem menschen frank kramer nicht gerecht das habe ich immer gesagt ich trenne immer das mensch sein und das was er als trainer geleistet hat was er als trainer geleistet hat ist nicht gut es ist nicht bodenlos aber es ist auch einfach überhaupt nicht gut und auch nicht dem maßstab gerecht den man zum anfang der saison hingerechnet hat man wollte gegen abstieg kämpfen ja uns allen ist klar es werden auch mal fünf sechs spieler am stück verloren absolut in ordnung kann passieren von mir aus dürften sogar 34 spieler am stück verlieren solange man gesehen hat die schalker spieler haben gekämpft solange man gesehen hat die taktische einstellung war in ordnung es hat einfach nur nicht gereicht von der leistung her es wäre eine leistungsfrage gewesen da hätte glaube ich kein einziger schalke-fan irgendwas gesagt aber nein jetzt haben wir die situation rufe schröder hat hingeschmissen jetzt müssen wir wieder gucken wer sucht uns hier die guten spieler alle raus diese saison klar in als bundesliga kader finde ich auch dass der kader an qualität verloren hat wobei ich immer noch behaupte dass der kader so wie er jetzt gerade ist in der zweiten liga durchaus funktioniert hätte nur in der ersten liga nicht weil in die erste liga ist einfach ein unterschied das ist nicht ein zehn prozent unterschied zwischen erster und zweiter liga im normalfall im gesetzlichen oder im regelfall wenn man es einfach im papier schreiben würde ist es ein abstand von mindestens 50 prozent an leistung zwischen allen vereinen ganz natürlich weit oben mit hier bayern und co du kannst dann die erste und zweite liga auch finanziell überhaupt nicht vergleichen auch nicht vom talent her auch nicht von den namensgrößen des vereins selbst das ist uns allen klar der kader so wie er jetzt ist es einfach nicht vorgesehen für eine bundesliga saison wo man vielleicht einen platz 10 11 12 anstrebt der kader so wie er jetzt ist von den namen her der kann funktionieren unter den richtigen umständen und dann spielt man natürlich immer noch gegen den abstieg weil andere mannschaften die jetzt vielleicht gerade überperformen wie werder bremen die kriegen mit sicherheit auch noch mal eine phase in der leistung schwächer sind aber all das hat jetzt nichts großartig zu tun mit ruven schröder dass er hinschmeißt warum tut er das da wird irgendwas vorgefallen sein hinter den kulissen was ihn zutiefst verärgert hat was zutiefst an seinem vertrauen in den vorstand gerüttelt hat womit er einfach an dem moment gesagt hat wenn das hier so läuft möchte ich mein gesicht nicht hinhalten wenn wir wieder direkt runter gehen das u-boot schalke 04 habe ich letzte saison schon gesagt wir sind wieder am abtauchen ganz weit runter in die gefühlskiste der fans die alles für den verein geben die in stadion gehen die sich spiele antun müssen was eines herz zerreißt und dann auch noch diese scheinheilige hilfe die ein gewisser tönnies mal wieder anbietet alle jahre wieder sage ich dann nur er hat seine fehler gemacht er ist auch zu recht aus dem verein in anführungsstrichen aussortiert worden beziehungsweise er wurde ja gegangen oder gegängelt wie sagt man das weiß ich nicht schreibt es in die kommentare ich weiß nicht ob das einfach not tut weil was wollen wir mit einem tönnies vielleicht war das auch der grund warum er schröder gesagt hat was wollen wir denn mit dem so die geschichte ist vorbei die muss ich nicht wiederholen wenn es danach geht dann könnte man sich auch einfach einen richtig fetten dicken sponsor aus katar suchen der den verein übernimmt der besitztümer ist dann können wir das ev direkt streichen und weg damit und die 50 plus 1 regel so oder so und dann können wir vielleicht mal darüber reden ob wir in den top 10 landen können mit den ganzen spielern die wir holen können für sehr viel geld ob das okay ist oder ob das nicht okay ist wir sehen gerade alle zu wie der vorstand und der verein an sich selbst so wie es beim hsv auch der fall war komplett sich ins auto setzt sich hinter steuer setzt und lachend auf einen scheiterhaufen zu rast benzin dabei trinkend das sehen wir gerade das ist nicht erst so seitdem wir abgestiegen sind um dann glorreich wieder aufzusteigen um dann erneut gegen den abstieg zu kämpfen was allen bewusst ist betone ich hier nochmal an der stelle aber die frage ist das wie wie kämpfen wir gegen den abstieg dass ein frank kramer gekommen ist war mit sicherheit nicht die 1a lösung sondern eher die 1z lösung da bin ich persönlich mir 100% sicher da waren ganz andere namen auf dem seld die haben alle nicht gefruchtet und nicht gekommen da haben die bohmer dem reis keine freigabe erteilt er ist mit denen gescheitert und fängt es bei uns an und wird dort genauso scheitern warum probieren wir es nicht mit dem kreuzer der ist doch jetzt interimstrainer lass den doch mal ran der auftritt letztens hat doch gestimmt und wenn er selber nicht will dann probiert doch mit einem anderen jugendleiter aus der eigenen jugend einer der stallgeruch hat das kann doch funktionieren hat man doch an mainz vor vielen jahren schon gesehen mit klopp mit tuchel und keine ahnung wie sie alle heißen ich verstehe das einfach nicht das ist nicht nur typisch schalke das ist das der neue schalke standard das wird so enden wie beim hsv wo irgendwann der komplette verein sich selbst demontiert sich selbst zerstört und selbst süchtig wie er dann nun mal war der große hsv sang und klanglos in die liga 2 geht und im vierten oder fünften jahr noch immer dort rumgegammelt die spielen immer oben mit okay aber sie kommen nie hoch das letzte quäntchen glück die letzten guten schießrichterentscheidungen die letzten ich will 120 prozent geben und den ball da jetzt reinknallen die fehlen im hsv und bei schalke ist das schon seit langer langer zeit absehbar gewesen dass wir irgendwann nicht mehr so mithalten können wie es beispielsweise ein bayer leverkusen ein rb leipzig bayer münchen auch die dortmunder sind da mit ihren grandiosen muss ich leider anerkennen transfereinnahmen nicht vorgefeilt die sind alle da oben mit und die sind auch alle leider berechtigt da oben und die schalker wir machen nur scheiße wir haben mal gute junge spieler gehabt wie sané und so weiter und die haben wir alle verscherbelt und verkauft wir konnten die nie halten und was ist jetzt aus der knappen schmiede geworden wer ist denn da noch ich persönlich kenne nur Sidi Sané dem ich zutrauen würde dass er ein solider bundesligaspieler wird wenn er auch mal die erfahrung bekommt dort auch mitzuspielen in der ersten Mannschaft was ja auch nicht der fall ist und wer noch wer ist da wer ist denn jetzt aktuell aus der eigenen Schalker Jugend aus der knappen schmiede bei uns im Kader niemand alle weg alle wurden so vergrault alle Jungspieler Bujola, Bostogan und was weiß ich wie die alle heißen du hast vielleicht noch ein Aydin da wo du aber auch sagen kannst hm weiß ich nicht vielleicht vielleicht auch nicht werf eine Münze für mich persönlich ist seit vielen Jahren einfach nur Ralf Fährmann die absolute Nummer 1 das ist so halt mit der mit dem ich mich da am meisten identifizieren kann der hat nicht mal gemeckert dass er nach Nausch die ausgeliehen wurde und nach sonst wo hin kam zurück hat nicht gemeckert hat nichts gesagt beim Aufschick trägt der Bierkasten auf die Schulter der lebt Schalke das ist eine Identifikationsfigur der sollte viel mehr Chancen haben und hau mir ab mit diesem Schwolow dem Fliegenfänger setzt er sich allen Ernstes noch dahin und sagt so ja ich hab nichts gesehen ich hab nichts gesehen der Ball war verdeckt und dann guckst du die Kameraperspektive da ist alles frei der lügt ja ich bin nicht schuld an den Gegentoren an dem und dem ja doch bist du du bist Torhüter und der war haltbar so ein Fliegenfänger ey man kann sich nur aufregen über Schalke bevor dieses Video noch länger geht höre ich jetzt auf weil Real Talk ist genug ich reg mich sonst noch viel mehr auf jetzt haben wir den Salat wir haben wieder einen Trainer am Start der Dickfeld Geld kostet der dies das alles mit sich bringt der quasi schon woanders gescheit ist und das ist vor kurzem nicht vor langer Zeit warum soll es bei Schalke anders laufen keine Ahnung ich weiß es nicht wir haben das Problem dass wir einen Sportmanager verloren haben der einen grandiosen Zweitliga-Kader hingestellt hat der Erstliga-Kader den kann man noch diskutieren da bin ich noch offen für für Diskussionen aber auch da muss man einfach mal sagen wer hätte denn vielleicht hat er ja auch 500 Spieler angerufen der Schröder und genau die Transfers die jetzt zu uns gekommen sind sind die die Ja gesagt haben alle anderen haben Nein gesagt kann ja auch sein wissen wir nicht wird er wahrscheinlich auch nie erzählen aber der ist jetzt weg jetzt müssen wir einen neuen suchen jetzt haben wir den Knebel da der Knebel das ist ein Wirtschaftsmensch das ist ein Büromensch der hat keine Ahnung davon von Fußball Transfers von Spielern an sich von Leistung und Leidenschaft das weiß der alles nicht der ist einfach nur ein Fan mehr kann man dazu nicht sagen so ich bin jetzt raus ich muss mir jetzt ein Beruhigungstee machen und dann sehen wir uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zusehen bis bald ich bin Jinx Viking like den Kanal lasst ein Abo da lasst Kommentare da haut da rein